Mein Name ist Thorsten Genz, ich bin Leiter der Forschung und Entwicklung beim Ingenieur Vermessungsprojekt Krause in Falkensee bei Berlin. Wir bieten Lösungen im Bereich Vermessung und Geoinformation von der Planung bis zur Kontrolle. Mit unserem neuen Multi-Sensor-Rotorblatt- Inspezionsverfahren erfassen wir präzise Rotorblatt-Geometrien und Abweichungen der Solllage. Mit Augmented und Virtual Reality haben Sie hier oder auch für BIM völlig neue Möglichkeiten für die Planung und Kontrolle. Oder beeindrucken Sie einfach Ihre Kunden mit virtuellen Präsentationen oder Simulationen. Geotechnologien sind ein Zukunftsmarkt, der sich rasant weiterentwickelt. Mit unseren Schulungen zu Produkten, Softwaren oder Geobusiness sind Sie immer am Ball und auf dem neuesten Stand der Technik. Außerdem sind Sie sicher in deren Anwendungen. Bleiben Sie am Ball mit IVB Krause und Geobusters, unserer Schulungsplattform.